Silvia Wollny steht schon seit vielen Jahren im Rampenlicht. Doch das bringt nicht immer nur positive Dinge mit sich. Dieses Mal im Fokus der Aufmerksamkeit. Enkeltochter Kataleja. Gemeinsam mit Püppi verbrachte Silvia Wollny einen Tag in ihrer zweiten Wahlheimat, der Türkei. Doch die Grüße an ihre Social Media Community gefielen nicht allen Followern. Und sie übten Kritik an dem, was sie sahen. Silvia Wollny, Foto mit Enkelin Kataleja sorgt für Aufruhr. Eigentlich wollte Silvia Wollny nur einen zuckersüßen Moment mit ihrer Instagram Community teilen. Doch da hat der Reality-TV-Star nicht mit den Followern gerechnet. Am Montag postete Silvia Wollny einen süßen Schnappschuss auf ihrem Social Media Profil. Zu sehen ist die Elffachmutter mit ihrer fünfjährigen Enkeltochter Kataleja. Die kleine Püppi sitzt im Kinderwagen und lächelt gemeinsam mit Oma Silvia in die Kamera. Neben den beiden steht eine große Weihnachtsmannfigur. Dazu schreibt die 58-Jährige. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Heute gehen Püppi ich ein bisschen auf Erkundungstour. Doch obwohl es sich nur um einen harmlosen Schnappschuss von Oma und Enkeltochter handelt, sind einige Follower von Silvia Wollny alles andere als begeistert. In der Kommentarspalte des Posts fallen Aussagen wie so ein großes Kind noch in Baggy fahren, finde ich übertrieben. Die kann doch gut laufen. Und in dem Alter noch im Baggy? Immerhin stehen dem Reality-TV-Star ihre Fans zur Seite. Es wird schon seine Gründe haben. Wieso immer hetzen? Ich finde es einfach toll, dass Silvia mit Püppi eine Tour macht. Scheint ja beiden zu gefallen, so wie sie strahlen, schreibt eine Userin. Eine andere kommentiert, diese Frau hat so viele Kinder großgezogen. Sie wird schon wissen, was sie tut. Manche Menschen sind einfach nur frech. Schöne mit Püppi